Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen und damit auch einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ja, Bitcoin mit neuem Hoch. Wir haben das alte Hoch durchgebrochen. Trotzdem ist das nicht unbedingt so bullish, wie es momentan oder wie ich es jetzt gerade ein bisschen ausgesprochen habe. Wir müssen auf jeden Fall auf eine Bestätigung abwarten. Wir hatten keinen wirklich schönen Close. Darauf werde ich jetzt auf jeden Fall eingehen. Wir werden uns außerdem Ethereum angucken. Und heute Abend schon mal Reminder, wieder um 19 Uhr Livestream. Wieder mit euren Altkönnenwünschen und sonstigen Themen. Hat gestern richtig Bock gemacht. Also wer noch nicht dabei war, kommt da gerne dazu heute Abend um 19 Uhr. Doch bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinscheuen. Wenn ihr keinen Bock mehr habt, irgendwelche Updates zu verpassen oder Trading-Signale oder sonstiges, dann kommt da gerne rein. Dort kriegt ihr die aktuellsten Infos. Link unten in der Videobeschreibung. Gut, damit genug Eigenwerbung gemacht. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein und fangen erst einmal mit dem Daily Chart an. Und zwar sehen wir da ganz gut, wir haben kein Daily Higher High bekommen. Wir haben genau oder fast genau auf der gleichen Höhe immer wieder geschlossen. Wieder nur ein Wig drüber und das war's. So, Tag hat begonnen. Wir haben gleich wieder ein Wig bekommen bis auf 29.200 US-Dollar. Also knapp 29.200 US-Dollar. Auf dem Daily sieht das alles schön und gut aus. Auch nach jetzigem Stand sieht das alles schön und gut aus. Nur, jetzt gehen wir mal in die kleineren Timeframes rein und schauen uns das an. Und da seht ihr, auf dem 4-Stunden-Timeframe ist das nicht mehr so geil. Wir hatten enormen Impuls nach oben mit auch natürlich Schwankungen nach oben und nach unten mit dieser 4-Stunden-Candle. Aber wir haben sogar wieder unter diesem hoch geschlossen. Das heißt, wir haben uns jetzt die Liquidität, die über diesem hoch lag bei den 28.800 US-Dollar, noch einmal abgegriffen und haben drunter geschlossen. Darauf wird es jetzt meines Erachtens nach die nächsten Stunden extrem ankommen. Halten wir das so, beziehungsweise versuchen uns jetzt hier einfach nur in den nächsten Stunden einfach nochmal so einen kleinen Abtrend nach oben hin und dann an diesem Hochschuh wieder zu scheitern und drunter zu schließen, ist das für mich ein klares Short-Signal. Und dann kommen wieder meine 25.200 US-Dollar in den Blick. Wir schauen uns das Ganze mal ganz kurz auf den 1-Stunden-Chart an. Da seht ihr auch extremer Push nach oben mit sehr, sehr viel Volumen ist da auch reingekommen. Wir haben meine Zielzone von 29.300 US-Dollar nicht erreicht. Das ist weiterhin so ein bisschen das Ziel. Ich würde aber jetzt auch wieder nicht meinen Arsch drauf verwetten, ist ich. Ich habe es gestern im Livestream ein bisschen erklärt. Es ist momentan wirklich schwer, hier irgendwelche Trades zu setzen. Deswegen sind auch momentan eben in dieser Signalgruppe eher weniger Trades. Dafür ein Haufen Spot-Trades, also auch Altcoin-Spot-Trades, die enorm performen. So wie Kasse und Loop ist ja unglaublich, was die letzten Tage da passiert ist. Aber ich tue mir momentan, ganz ehrlich, dadurch, dass der Markt so ein bisschen komisch ist oder für mich persönlich einfach ein bisschen komisch ist, schwer, euch gescheite Setups hier beziehungsweise Setups zu bieten, die einfach auch, sag ich mal, tradbar sind und nicht irgendeinen Rotz hier hinzustellen. Wir haben jetzt auf einem 1-Stunden-Timeframe auch noch gleichzeitig eine Bearish Divergence. Klar, wir haben diesen Volumen-Vorpeak. Also ich würde jetzt mal ganz, ganz schwer behaupten, dass das hier oben einfach das perfekte Short-Signal ist grundsätzlich. Wenn wir uns das hoch hier oben abgreifen, noch einmal die Liquidität mit einem kleinen Impuls nach oben, nicht mit wieder so einem fetten Impuls nach oben, das wäre nicht gut für einen Short, aber mit einem kleinen Impuls nach oben wäre das hier oben die perfekte Short-Area um 29.200, 29.300 US-Dollar und dann eben mit Abverkauf mindestens, das wäre jetzt das erste Ziel, hier die 27.600, das wäre hier einerseits unser Void schließen, andererseits unsere Ineffizienz, die hier unten auch noch liegt. Das wäre der erste Step. Sollten wir dann hier ein höheres Tief reinkriegen, wäre das absolut Bullish, dann ist das da oben Schwachsinn, dass das Bearish war, hat sich aufgelöst und dann brauchen wir aber ein neues Hoch und dann sind die 32.400 US-Dollar auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Das heißt für uns, jetzt ist es mir ganz ehrlich noch ein bisschen zu großer Puffer, wenn wir hier in den Short reingehen sollten, müssen wir uns mal angucken, wir müssten Stop-Loss mindestens drüber, das wäre an 3%. Lieber gehe ich dann hier oben kurz vor knapp rein, das heißt, es wird dann relativ zeitnah ein Update nochmal in der Telegram-Talk und Signalgruppe reingeben, beziehungsweise in der Signalgruppe sollte da irgendwas passieren. Aber momentan, grundsätzlich würde ich sagen, okay, Bearish Divergence, Volumenpeak, das gefällt mir eben nicht. Wenn jetzt da weniger Volumen drin gewesen wäre, ich sage, okay, jetzt schon Short, aber durch diesen Volumenpeak, den wir jetzt hier einfach noch drinnen haben, würde ich hier einfach extrem aufpassen, jetzt schon in den Short reinzukommen. Kann gut gehen, aber ganz ehrlich, für mich persönlich ist das kein Short Entry. Ich warte jetzt hier, dass wir uns jetzt langsam nochmal nach oben arbeiten, dieses Volumencluster hier oben abholen und dann, sage ich mal, so bis ungefähr 29.300, 29.400 US-Dollar und dann den Short Impuls zumindest bis unter 27.700, 27.600 mitnehmen. Sollten wir hier uns stabilisieren, sind die 32k weiterhin möglich. Ansonsten haben wir übergeordnet weiterhin diese größere Range. Die haben wir auch schon seit ein paar Tagen hier immer wieder drin. Solange die weder nach oben oder nach unten dauerhaft bricht, ist das einfach hier Range Trading. Sollte das natürlich jetzt hier alles ein Fake Out gewesen sein, dann, ganz ehrlich, sind die 25.200 US-Dollar, die wir schon seit etwas Längerem ansprechen, weiterhin im Play und das ist immer noch, auch wenn ich sage 32.000 US-Dollar, immer noch so ein bisschen mein Primärszenario, dass wir da früher oder später einfach nochmal hingehen sollten, in Anführungszeichen. Gut, das war es jetzt erstmal zu Bitcoin. Gehen wir rüber zu Ethereum und schauen uns das einmal ganz kurz an. Auch hier überhaupt keine Änderung. Wir sehen wieder, Bitcoin und Ethereum verlaufen komplett irrational. Klar, wir haben auch hier ein höheres Hoch gebildet, minimal drüber gewickt, mit einem Close drüber. Auch komplett bearisches Zeichen, meines Erachtens nach auf einen 1-Stunden-Timeframe. Aber wir haben jetzt eben nicht dieses Gesamt-Neue Hoch, so wie wir es jetzt bei Bitcoin gesehen haben, sondern wir haben hier nur ein minimal höheres Hoch. Und das ändert nichts an dieser Gesamtsituation. Ich bleibe dabei, wir bleiben hier einfach in der Range. Es ist brandgefährlich, einerseits einen Short zu geben, weil wir hier oben eben noch diese Short-Cluster haben mit dieser Volumenansammlung, die hier oben in diesen Bereichen liegt. Also das hier oben, das wäre dann möglicherweise der erste Short-Bereich, wo man nochmal drüber nachdenken kann. Aber momentan, so wie es jetzt aussieht, würde ich mich auch hier ehrlich gesagt nicht in den Short-Trade reintrauen. Dafür muss Bitcoin erst einmal noch in mein Short-Trade-Szenario reinkommen und Ethereum sowieso, weil Ethereum verläuft komplett teilweise anders wie Bitcoin momentan und ist meines Erachtens nach deutlich, deutlich schwerer zu traden. Also auch hier nehme ich erst einmal Abstand, klar, übergeordnet gilt die Range. Wir haben aber, wie gesagt, auch, da haben wir auch die letzten Wochen immer mal wieder drüber gesprochen, noch Luft bis ungefähr 1881. Also es würde ungefähr dazu passen, wenn wir jetzt sagen, okay, wir brechen hier aus mit so einem Fake aus in Richtung 1880, dann hätten wir einen Swing-Failer-Pattern. Das geht natürlich auch nach oben hin, dass wir aus dieser Range ausbrechen, drunter schließen und dann Abverkauf sehen bis 1570, je nachdem, wo dann im Endeffekt unser Downtrend, unser ehemaliger Downtrend nochmal getestet würde. Würde aber perfekt da unten zu unserer Zone passen, die wir auch schon des etwas längeren Mal immer wieder besprochen haben, wo wir hier, sage ich mal nochmal dieses Cluster hatten mit diesem Support, dass wir hier nochmal den Support hitten und dann versuchen, durch diesen Abverkauf, den wir hier hatten, den Errors ein bisschen zu resetten, das ganze Volumen aus dem Markt zu kippen und dann ein höheres Hoch reinzukriegen. Das ist jetzt erstmal so ein bisschen der Fahrplan für Bitcoin und Deferium. Wir können nochmal ganz kurz auf XRP deuten, auch hier momentan eher so jetzt ein bisschen mal Abkühlung nach so einem Pump. Absolut human, muss auch mal sein. Ich habe hier schon ein bisschen so den Plan angepinnt, haben wir gestern im Livestream besprochen, Video kommt entweder heute oder morgen noch auf dem Zweitkanal online, also auch gerne auf dem Zweitkanal vorbeischauen. Gut, dann würde ich sagen, noch ganz kurz zu den News rüber, die Europäische Union verabschiedet eine neue Regelung für unverifizierte Kryptonutzer. Wie soll das rauskriegen? Also ganz ehrlich, wie soll das funktionieren? Du kannst dir 100.000 Wallets machen, du kannst 100.000 Mal was versenden, das ist doch absoluter Bullshit. Bullshit, Bullshit, Bullshit. Wir hatten gestern schon ein bisschen so diese aufgreifenden Themen, China, USA und EU ist da natürlich auch ein bisschen mit drin. Für mich ist das alles kompletter Bullshit, was hier fabriziert wird und mehr nicht, meines Erachtens nach. Aber gut, schauen wir einfach mal, wie es dort weitergeht. Für mich Bullshit. Was sagt ihr dazu? Gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ich würde sagen, wir hören uns dann heute Nachmittag wahrscheinlich nochmal wieder zu einem kleinen Altcoin-Update-Video und dann heute Abend 19 Uhr Livestream. Ich freue mich wie immer drauf, auch auf natürlich eure Fragen. Muss nicht immer nur um Krypto gehen, ihr könnt natürlich jederzeit auch Fragen stellen rund ums Thema Trading oder sonstiges. Kommt gerne dazu. Das war es von meiner Seite. Ich wünsche euch einen schönen Start in den Tag. Wir hören uns später wieder. Like da lassen, Abo da lassen, Talk-Gruppe und Signal-Gruppe join. Das war es von mir. Bis dahin. Ciao, ciao und wie immer. Stay tuned.